Hier unten rechts, bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede, an diesem runden Ding hier irgendwo unten, ja. Ja, es ist ganz tolle Nachrichten, es tut sich unheimlich viel. Der Sender Kai Stuth, Creative Caravan, hat endlich das Interview mit mir veröffentlicht. Vielleicht sie finden das, ja wo finden sie das denn? Zum Beispiel hier. Ja, also, der Sender, der mittlerweile ja zum Fan von uns geworden ist, heißt ja News. Sie geben bei YouTube nur vier Worte ein. News und Talks für. Für, denn die ändern öfters die Endung, also sie geben nur diese vier Worte ein. News und Talks für. Und dann kommen sie sofort auf den Sender mit dem Stern. Ja, wo ist der Stern? Moment. Müsste der nicht hier zu sehen sein irgendwo? Och ne, komischerweise. Ich probiere es mal, ob der hier zu sehen ist, der Stern. Ach nein, weil das gar nicht die richtige Sendung ist. Das ist, da müssen wir mal eine andere Sendung nehmen. Moment. Weil dieser Sender veröffentlicht ja auch von anderen Sendern die Sendungen. Ja, also von Arte, von Dreisat und so weiter. Und jetzt müsste man doch den Stern sehen können. Auch wieder nett. Also ich gucke mal. Also auf jeden Fall. Hier ist der Stern. Hier haben wir es doch. News und Talks für. Das wird sich wohl nicht ändern. Aber die nach. Diesmal wollen sie wollen ja in letzter Zeit unbedingt, dass wir auch einen Mark Zuckerberg gewinnen für die Weltrettung sozusagen. Ja, und 800 Sendungen befinden sich in diesem Playlist. Und hier finden wir so, das ist hier Kai Stuth, Creative Caravan, die Lösung für alle Probleme, Fragezeichen, ungeschnitten, 18. Diese Sendung nähert sich so allmählich ganz langsam den 15.000 Klicks und den 2.000 Likes, wurde also von 2.000 Leuten geliked, ganz viele positive Kommentare, natürlich auch viele negative Kommentare von den üblichen Linksradikalen und Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern, die gibt es natürlich da auch massenhaft, gibt es sogar einen neoliberalen Marktradikalen dabei und so weiter. Ja, und es nähert sich auch den 500 Kommentaren, also unbedingt schauen. Und unter der Sendung müssten Sie einen Link finden. Wenn Sie diesem Link folgen, dann müssten Sie hier landen, Augenblick, dann müssten Sie eigentlich hier landen, nämlich bei Kommentare von WLAN zu Next Scientists for Future und Weltrad. Und da finden Sie auch direkt den Link dann in der Infobox, denn das wollten die News und Talks auch reinmachen, nämlich dass man hier dann, gucken Sie, einen Link findet, der direkt jetzt auf diese Seite führt. Und da können Sie dann hier, ist es denn maximale Größe hier, ja, größer geht es nicht, können Sie hier sozusagen mit der entstehenden neuen Volkspartei, weil es ist ja noch nicht endgültig klar, welche von den vielen neuen entstehenden Parteien am Ende die entscheidende Volkspartei sein wird. Zum Beispiel ich persönlich hoffe, dass so jemand Prominentes wie Kai Stuth als Parteivorsitzender kandidiert und dadurch dann auch viele andere prominente Medien und so weiter. Wir müssen ja auf 20 Millionen Klicks kommen, dass wir brauchen also prominente Leute in der Partei oder als Unterstützer der Partei. Und diese Prominenten müssen so richtig Wirbel machen und dann geht das. Und deswegen hier finden Sie alle Links und hier finden Sie dann auch hier an sechster Stelle Kai Stuth, Creative Caravan, Talk mit Next Scientists for Future. Und hier finden Sie den Link zum direkt anklicken, brauchen Sie also noch nicht mal zu suchen. Also einfach unten in der Infobox gucken, der erste Link, ja, wo man mehr ansehen klicken kann. Ja, und dann finden Sie auch alle anderen Sendungen hier, ne, bisschen Lehrer Mafi, Roger Bittl und so weiter. Ja, alles Wichtige, ne. So, und dann werden wir nachher auch noch mal eingehen. Ach so, übrigens, wir haben aufgehört jetzt zu sammeln, ja. Die Kollegen haben gesagt, mittlerweile sind es so unendlich viele neue begeisterte Kommentare. Ab jetzt sammeln wir nicht mehr. Es sind viel zu viele. Vielen Dank für diese tollen, positiven und begeisterten Kommentare. Sie finden also hier jetzt nur noch, ja, es ist auch schon viel genug, nur noch einige dieser positiven Kommentare. Und alle neueren finden Sie dann nicht mehr darin, weil es einfach, es geht immer so weiter, dass immer wieder ganz begeisterte Kommentare kommen, die sich teilweise überschlagen vor Begeisterung. Und so geht das immer weiter. Und das sammeln wir aber jetzt nicht mehr. Und hier, wenn man jetzt dann hier hingeht und quasi hier sozusagen den Bereich der Kommentare und der Wählerstimmen zu den Next Scientists for Future, die ja in einer simulierten Bundestagswahl 56 Prozent erreichten. Wenn man das also jetzt verlässt, ja, hier ist es zu Ende. Da kommt dann neuere, da wird man uns nachher der Sache, nämlich neuere Texte aus Internetdiskussionen. Ja, gerade eben die Diskussionen mit den Rechtsradikalen, mit den Linksradikalen, mit den extremen Verschwörungstheoretikern. So ein bisschen Verschwörungstheoretiker sein ist ja harmlos, ja. Aber diese extremen Verschwörungstheoretiker, die so richtig aggressiv sind, da muss man ja Kontra geben. Und deswegen werde ich dann auch gleich hier entsprechend denen wiederum Kontra geben. Und zwar zitiere ich hier, ich habe das geschickt bekommen von den News und Talks, deren Kontra soll ich nochmal ein bisschen vertiefen. Die haben also da lauter Kommentare geschrieben, wo sie sozusagen den ganzen Links- und Rechtsradikalen und den extremen Verschwörungstheoretikern so ein bisschen verbal sozusagen Kontra gegeben haben. Und das soll ich vertiefen, bitteschön, in der Sendung heute. Ja, jetzt mache ich mal hier erst aber die Kurznachrichten. Also seien Sie gespannt auf die Kommentare. Ich verlese erst mal die Kurznachrichten. Das ist das Falsche. Das ist unser Tagesfeld. So. Kurz Nachrichten. Ja. Wir haben ja überlegt, dass wir die öffentlich-rechtlichen Medien total werbefrei machen müssen und dann neue Journalisten reinbringen müssen, bevor wir das Ganze dann wieder gesund schrumpfen und kleiner schrumpfen. Aber erst mal müssen wir neue Journalisten reinbringen, die genau immer Kritiker sind derjenigen Werbekunden, denen bis jetzt sozusagen die Medien sich gleichsinnig äußern. Ja, also die jetzigen öffentlich-rechtlichen Medien haben zum Beispiel viele Werbespots von der Pharma- und Medizinindustrie und die Journalisten, die dort arbeiten, sind auch alle der gleichen Meinung von Grund auf der gleichen Meinung wie die Pharmaindustrie und die Impfindustrie und die Medizinindustrie und die Testindustrie. Daher kommt es ja auch zu einer so relativ einseitigen Berichterstattung und deswegen müssen da neue Journalisten rein und jetzt muss entscheidend ist, das müssen nicht genauso viele Journalisten wie die bisherigen sein. Nein, sie müssen nur die Hälfte des Stimmrechtes haben. Am besten sogar vielleicht mal eine Zeit lang sogar mehr als die Hälfte des Stimmrechts, damit dann auch wieder eine Ausgewogenheit reinkommt. Und später können wir die öffentlich-rechtlichen Medien dann gesund schrumpfen, indem wir einfach frei, also Leute, die in Rente gehen, deren Stellen werden grundsätzlich dann nicht mehr besetzt. So ähnlich wollen wir ja auch die Parlamente gesund schrumpfen, wer in Rente geht, dessen Abgeordnetenplatz wird nicht mehr besetzt grundsätzlich, damit wir endlich mal das Ganze wieder runterschrumpfen auf ein vernünftiges Maß. Und genauso bei den Medien. Ja, denn auch die öffentlich-rechtlichen Medien folgen natürlich dem Grundprinzip. Immer größer werden, immer mehr Karrierechancen eröffnen, immer größer werden und immer ineffizienter werden. Schluck Wasser. So, dann haben wir sozusagen... Also ich lese jetzt auch die ganzen begeisterten Kommentare, die zum Beispiel jetzt doch noch aufgenommen wurden, waren gar nicht vor. Können Sie ja selber lesen. Also auf jeden Fall, es bestätigt sich dieses Ergebnis, 56 Prozent der Wählerstimmen, also 56 Prozent der vernünftigen Zuschauer sind auch begeistert. Und wenn man das nimmt mit den 2000 Likes, dann sind es, das klingt sogar nach viel mehr als 56 Prozent. Also die Reformen der Next Scientist for Future laufen halt überall offene Türen ein. Bei vielen, bei den meisten vernünftigen Leuten. Aber wir werden niemals die Rechts- und Linksradikalen erreichen und niemals die extremen Verschwörungstheoretiker. Da haben wir keine Chance. Dass die sind, da ist der Verstand vernagelt. Ja. Der Auftrags... Ja, Kai Stuth sagt da so eine Sache wie, dass er sagt, ja, er spürte nach der Finanzkrise, nach der Finanzblase, einen deutlich führbaren Auftragsrückgang in der gesamten Gesellschaft, ja. Und jetzt vermutet er, dass das an dem Finanzunwesen läge. Jetzt sagt aber Dr. Markus Krall, den wir ja sehr scharf kritisieren wegen seines naiven oder seines Marktradikalismus. Aber da sagt er ganz richtig, nee, das war aber kein Marktversagen, sondern das war das Versagen, dass man die Banken vom Pleitegehen gerettet hat. Denn wenn eine Bank weiß, dass sie vom Pleitegehen gerettet wird, durch Staatsgelder, also durch Steuergelder gerettet wird, dann ist doch klar, dass die hochrisikomäßig spekulieren. Und wenn sie sich verspekulieren, zahlt das ja der Steuerzahler und nicht sie selber. Und sie gehen auch nicht pleite und so weiter. Deswegen ja unser Gebot, wir müssen jede Bank gnadenlos pleite gehen lassen. Wir schützen zwar die Einlagen der Sparer, aber wenn die Bank sich verwirtschaftet und verkalkuliert, dann soll sie ruhig pleite gehen und die Manager sollen einen schlechten Ruf in der Branche bekommen als Pleite-Manager. Und das ist doch auch gut so. So soll es doch auch sein. Und das hat aber, hat man verhindert, indem man die Banken gerettet hat mit Steuergeldern. Und das darf man einfach nicht. Schluck Wasser. Und man darf die Einlagen retten, aber nicht die Banken. Ja. So. Ja. Und. Ja. Und diese Bankenrettung hat halt viele Milliarden gekostet. Und dadurch hatten die Leute nicht mehr die finanziellen Reserven, um Aufträge zu verteilen. Ja. Und dann spielt noch eine Rolle, dass eben ja in Deutschland die Intelligenz, der Intelligenzrückgang ständig schneller voranschreitet. Also unsere durchschnittliche Intelligenz ist ja auf einem rasend schnellen Abwärtsweg. Oder einfach gesagt, die Gehirne werden durchschnittlich immer kleiner in Deutschland. Ja. Weil eben wir alles tun, damit unsere klugen Karrierefrauen mit den großen Gehirnen gar keine Kinder mehr bekommen. Und wir lauter Zustrom an Kindern haben aus aller Welt und auch innerhalb Deutschlands mit relativ kleinen Gehirnen. Und dann verschiebt sich natürlich die Gehirngröße Richtung immer kleiner. Ja. Und das führt dann dazu, dass das selbstverständlich dann auch die Aufträge zurückgehen. Weil es sind ja immer weniger Gutverdienende, die auch Aufträge erteilen können. Die werden ja immer seltener in Deutschland. Also der Auftragsrückgang liegt an anderen Gründen, als die, die Kai Stuth in der Sendung genannt hat. Ja. Ja, dann kommen nachher die Kommentare. Ja, die mache ich jetzt schon mal schnell, bevor ich sie vergesse. Obwohl, hier steht noch was. Die Kommentare. Zeige zeigen riesige Vorverurteilungstendenzen. Also extreme Verschwörungstheoretiker neigen ja dazu. Und das habe ich ja auch in der Sendung ab und zu angesprochen. Dass sie neigen zu Vorverurteilungen. Also im Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Ja, also wir können doch nicht hingehen und Bill Gates vorverurteilen. Wir müssen doch sagen, erst einmal müssen wir von seiner Unschuld ausgeben. Und dann muss in einem Gerichtsverfahren fair geklärt werden, ob er wirklich kriminelle Machenschaften da macht. Und ob es wirklich Beweise für kriminelle Pläne von Bill Gates gibt. Ja. Und nur so funktioniert doch ein Rechtsstaat. Und alles andere ist doch kein Rechtsstaat. Ja. Und viele dieser extremen Verschwörungstheoretiker spielen sich quasi selbstherrlich zum Richter auf. Andere spielen sich sogar gleich noch zum Henker auf. Das sind die Rechtsradikalen oder Linksradikalen. Die wollen die gleich noch zuschlagen. Ja, es ist halt Internet halt. Internet halt. Das bedeutet rechtsfreier Rückzugsraum aller Kriminellen. Denn dort ist Narrenfreiheit für Kriminelle bis jetzt noch angesagt. Jetzt zieht es ja ein bisschen an. Und ich sage nochmal allen, die bis jetzt mit Sperrungen oder mit Löschungen der Sendung zu tun hatten. Als nachdem wir darauf geachtet haben, dass wir keine illegalen Äußerungen mehr machen. Also Vorverurteilungen, nicht beachten der Unschuldsvermutung und so weiter. Nachdem wir aufgehört damit haben, wurde nie wieder eine Sendung gelöscht. Also deswegen, KenFM und so weiter. Überprüfen Sie einfach Ihre Sendung, bevor Sie sie senden. Und wenn da illegale Äußerungen sind. Wir haben in Deutschland nicht das Recht, andere Menschen als Verbrecher zu bezeichnen. Das dürfen wir nicht. Das darf nur ein Richter in seinem Urteil. Aber wir dürfen das nicht. Wir können höchstens zur Polizei gehen und sagen, ich habe hier die und die Beweise, die dafür sprechen, dass die und die Person kriminelle Machenschaften betreibt. Aber wir dürfen uns nicht selber zum Richter aufspielen und das Urteil verhängen. Das ist im Rechtsstaat nicht erlaubt und dann werden solche Sendungen halt gelöscht. Das ist doch ganz legal so. Das ist keine Zensur. Das ist nur die Unterbindung von Kriminalität im Internet. Und das zieht langsam an. Ja. Man kann es noch mal härter sagen. Die Verschwörungstheoretiker laufen rum und beschuldigen die halbe Welt als Verbrecher. Nur komischerweise nie sich selber. Und dann McDonalds. Ich habe ja erklärt, dass kein Unterschied besteht zwischen unserem Krankmachwesen und McDonalds. Das sind beides Wirtschaftskonzerne, die Kohle machen wollen. Und im Moment ist es einfach so, dass die McDonalds-Variante Krankmachwesen uns gerade regiert. Und sie sagt uns, die Intensivbetten würden knapp werden oder würden schon knapp. Habe ich Nachrichten gesehen. Das Entscheidende ist, wir lassen ja nicht nur dieses McDonalds, nämlich das Krankheitswesen, das ich mal Gesundheitswesen nannte, aber faktisch ein Krankmachwesen ist. Wir lassen ja dieses Krankmachwesen nicht nur Deutschland regieren. sondern wir lassen es auch sozusagen selber die Intensivbetten verknappen, indem leichtfertig die Betten gefüllt werden mit Leichtkranken und sozusagen dann leichtfertig die Leute, dass das Personal aufgrund von fragwürdigen Testkampagnen nach Hause in Quarantäne geschickt werden, wodurch dann natürlich viele Intensivbetten wegfallen, weil dafür kein Personal mehr übrig ist. Aber das hat ja nicht der Staat gemacht oder auch nicht Corona gemacht, sondern das hat McDonalds-Variante Krankmachsystem selber gegeben. Und der Spruch lautet doch, man darf doch nicht den Bock zum Gärtner machen. Wir haben aber das Krankmachsystem selber zum Gärtner gemacht. Und dann sehen wir, was wir für eine Katastrophe kriegen. Sie im Sinne von sich selbsterfüllenden Prophezeiungen produzieren sie selber das, was sie prophezeit haben, nämlich Engpässe. Und der WDR zeigt auch deutlich, wie das abläuft. Er will natürlich die Krankmachindustrie bestätigen, aber er verrät es auch dann. Nämlich die Frau, die da zu Wort kommen darf, die gibt nämlich zu, dass sie aufgrund der Panikmache der Medien eine Art Panikattacke hatte, die sie dann ins Krankenhaus getrieben hat. Vielleicht wäre sie, wenn sie gar keine Panik gehabt hätte, hätte sie niemals das Gefühl gekriegt, dass sie eine Krankenhausbehandlung überhaupt braucht und wäre zu Hause geblieben und wäre wieder kerngesund geworden. Ganz unproblematisch. Und dann wird, was uns Naturwissenschaftler extrem stört, naturwissenschaftliche Denker extrem stört, ist, dass die Medizin bei allem immer die Finger im Spiel hat. Erstens hat sie bei der Erzeugung der Panikattacke ihre Finger im Spiel. Also wissen wir gar nicht, was ohne die Medizinindustrie gewesen wäre, ohne das Krankmachsystem. Und dann hat die Medizinindustrie wieder ihre Finger im Spiel, weil sie ja anfängt, die Leute zu behandeln. Was wäre also gewesen ohne Panik und ohne Iatrogene, also eventuell durch die Ärzte erfolgte Schädigung von Patienten gewesen? Vielleicht wären die gar nicht so schwer krank geworden. Und Dr. Kmet Klaus Köhnlein hat ja aufgezeigt, und das wissen wir schon lange, dass viele Todesfälle aufgrund ärztlichen Handelns erfolgen. Aber für den WDR ist es natürlich so, dass immer wenn ein Arzt einen Handgriff tut oder ein Pfleger einen Handgriff tut, dann ist der natürlich automatisch, ohne dass es hinterfragt werden darf, automatisch segensreich. Während wir naturwissenschaftlichen Denker sagen, wir wollen erst mal sehen, ob der Handgriff den Menschen getötet hat oder ihn genutzt hat. Das ist noch völlig offen und ist ja durch nichts geklärt. Also, es wird von vornherein antivissenschaftlich ausgeschlossen durch den WDR, dass die Ärzte die Todesursache sein können. Na, und das ist dann halt hochproblematisch. So, das waren die Tagesthemen. Nee, die Kurznachrichten. Ach so, ich muss ja noch kurz zeigen, hier, Sie sind bei der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Heute und als Tagesthema, wissenschaftlichen Tagesthemen, haben wir natürlich, wie immer, wird was dabei sein, wählt wir 2020, unterstützt wir 2020, überhaupt, unterstützt die neue Volkspartei, egal wie die am Ende heißen wird, was am Ende, zu welcher Sammelpartei sich man irgendwie zusammenfindet, unterstützt auf jeden Fall die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit, egal wie die am Ende heißt, heißen mag, und eben, wenn es eine Partei ist, die von vielen guten externen Beratern beraten wird, aber auch eben unbedingt auch von den Next Scientists for Future vom Weltrat. Und da müsst ihr jetzt alle Konzentration, alle Kräfte drauf fokussieren. Alles andere ist Zeitvergeudung, denn wir können dieses System nur demokratisieren, indem wir erst einmal wieder eine nicht ganz so demokratische Partei in dieses undemokratische Parlament bringen. Denn nur so können wir die Gesetze so ändern und unser Reformvorschlag wäre sofort, als allererstes die Demokratie zu verbessern und die Parteien auch teilweise weniger mächtig werden zu lassen. Aber das geht nur, wenn eine neue Volkspartei mit der CDU koaliert, mindestens. Denn eine Alleinregierung wird so schnell nicht möglich sein. So, dann lese ich doch, jetzt komme ich zu den Kommentaren. Wo ist es? Das müsste hier sein. Ja, also hier haben wir das nochmal, was ich letztens falsch gesagt hatte oder nicht ganz richtig wusste. Also alle Psychotherapeuten empfehlen wir, wenn der Wandel kommt, schleunigst sich einzuarbeiten in die VI-Abbautherapie. Also nicht VT, nicht Verhaltenstherapie, sondern VI-Abbautherapie, also vorteilbringende Irrtümer-Abbautherapie. Das ist die gute Zukunft der Psychobranchen, aus meiner Sicht sogar die einzige, die sie dann noch haben werden. Denn wenn sie das nicht machen, dass sie die vorteilbringenden Irrtümer, die ja als Gehirnwäsche und Manipulation in den Köpfen der Patienten sich befinden, wenn sie die nicht abbauen gezielt, dann wird das ja nichts mit dem Heilerfolg. Und dann werden die auch keine Verdienstzuschüsse kriegen. Und werden dann auch aus den Hausarztersatzpraxisteams entfernt werden. Oder ausscheiden müssen, weil sie keine Ergebnisse bringen. Und dann hier, was schreiben also jetzt der Sender News und Talks so an Kritik zu den Kommentaren bei dem Kai-Stuth-Talk? Nein, sie sind nur ein Sektenanhänger der Medizin-Mafia. Ach nee, das ist ein Kommentar, den die wohl geschrieben haben zu dieser WDR-Sendung. Da war einer, der wollte quasi Bodo Schiffmann entlarven mit diesem WDR-Bericht. In Wirklichkeit macht er sich halt nur lächerlich, weil er eben nur seine Anti-Naturwissenschaftlichkeit zeigt. Eben diese fehlende Kritikfähigkeit. Was ist, wenn die Ärzte die Leute kränker machen? Was ist, wenn die Panikmache die Menschen in die Krankenhäuser treibt? Ja, beim kleinsten Anzeichen von Corona. Ja, also da, also, und dem haben sie wohl geschrieben, sie sind nur ein Sektenanhänger der Medi-Mafia. Wissenschaftlich ist die Frage, was wäre ohne die iatrogen produzierte Panikattacke und die iatrogene Schädigung im Krankenhaus passiert? Iatrogen heißt, durch den Arzt verursacht. Vielleicht nicht mehr als bei einer kräftigen Grippe? Als Sektenanhänger schließen sie den Arzt als Verursacher einer Panikstörung und eines verschlimmernden Krankheitsverlaufes aus. Echte Wissenschaftler haben eher Hinweise, dass genau das aber der Fall sein dürfte. Und dann bleiben sie ruhig weiter ihrer Sekte, höre ich. Ja, der Sekte der Pharmagläubigen, der Verehrer, der Vollgötter in Weiß. Ja, und jetzt war schon ein anderer Kommentar, den die da geschrieben haben, wahrscheinlich jetzt bei Kai Stuth. Da war wieder so ein Pseudowissenschaftler offensichtlich unterwegs, von unseren pseudowissenschaftlichen Universitäten. Fehl ausgebildet, ne? Hätten sie richtig studiert, wüssten sie, dass die Bonobos, Pampaniskus, den Menschen bezüglich der sozialen Intelligenz näher stehen als die Schimpansen. Die große Mängel bei der Kooperationsfähigkeit und beim Teilen aufweisen, die man bei Bonobos und Menschen nicht findet. Ja, also was das Sozialleben angeht, sind so viele Merkmale zwischen Bonobos und Menschen ähnlicher als zwischen Bonobos und Schimpansen oder Menschen und Schimpansen, dass man sagen kann, von der Charakteristik ihrer Eigenschaften sind Bonobos und Menschen sich ähnlicher als die Schimpansen, die in anderen Merkmalen etwas ähnlicher sind, aber eben nicht in relevanten Merkmalen. So, auch die viel menschlicheren Bewegungsweisen der Bonobos beim Kochen lernen hätten ihnen Hinweise geben können. Schimpansen bewegen sich da völlig anders, also für unsere Augen bewegen sich Schimpansen beim Kochen lernen also wirklich völlig anders als Bonobos. Die bewegen sich regelrecht für unsere Augen menschlich. Alles Hinweise dafür, dass der Mensch der zweite Bonobo, der Savannen-Bonobo und keineswegs der dritte Schimpanse ist, wie es, glaube ich, Jared Diamond in seinem Buchtitel mal vermutet hat, was aber eben nicht stimmt, oder wo es für zu wenig Hinweise gibt. Und fast eben fast nichts, dass der Mensch eben fast nichts mit dem gemeinen Schimpansen Pantroglodytes gemein hat an Wesentlichem. Die höhere genetische Übereinstimmung stammt aus bedeutungslosen Bereichen, in denen eine etwas größere Übereinstimmung vorliegt. Aber was rede ich? Menschen wie sie waren schon immer die Feinde aller Galilies und Darwins, zu denen ja die Next Scientists for Future gehören. Und vor wem hatte Darwin am meisten Angst? Vor den Professoren der pseudowissenschaftlichen Oxford-Universität circa 1830 bis 1850 und so weiter. Davor hatte Darwin Angst vor diesem Pseudowissenschaftlern, der pseudowissenschaftlichen Pseudouniversitäten. Ja, schon ganz wenige Worte reichten zu zeigen, was sie jetzt bestätigen. Wahrscheinlich verheiratet, zwei Kinder betreibt Pseudowissenschaft an einer pseudowissenschaftlichen Universität, um den Raubtierkapitalismus mit seiner Gier nach Impfmilliarden und mit seiner Sexualitätsunterdrückung zu rechtfertigen und zu erhalten für die kapitalistischen Geldgeber seiner Uni und um nicht zu verzweifeln darüber, dass die Bonobos zwölfmal täglich Sex auch mit Nachbarkommunen haben dürfen, während er selbst seine Bedürfnisse bei jeder hübschen Frau unterdrücken muss. Von Ihnen, also solchen Pseudowissenschaftlern, gibt es Tausende hier im Internet. Letztlich sagen die Next Scientists for Future nur, dass sie offen sind für die Hypothese, dass wir die zweiten Bonobos sein könnten, die nur durch den bösartigen Raubtierkapitalismus, Tauschhandel, Markt und seine vorteilbringenden Irrtümer hin zum Monogamisten unterdrückt wurden. Und diese Hypothese wollen Sie pseudowissenschaftlich wegräumen. Also an alle Mitlesenden, der Raubtierkapitalismus zeigt bei Corona ganz offen sein wahres Gesicht. Lassen Sie sich von diesen Kämpfern für Ihre raubtierkapitalistischen Geldgeber nicht irritieren. Es gibt unzählige Hinweise, wenn auch keine endgültigen Beweise dafür, dass wir genetisch immer noch zweite Bonobos sind und noch nie glücklich waren. Es aber durch die Next Scientists for Future höchstwahrscheinlich werden können. Also hören Sie als Mitlesende niemals auf solche Pseudowissenschaftler unserer kapitalistischen Pseudouniversitäten. Diese fungieren nur als Massenmanipulatoren im Dienste, weswegen wir ja auch eine unbedingte Bildungsreform brauchen und eine Wissenschaftsreform. Also Bildungsreform und Wissenschaftsreform müssen aus Pseudouniversitäten echte Universitäten machen. Die jetzigen Pseudouniversitäten fungieren nur als Massenmanipulatoren im Dienste ihrer raubtierkapitalistischen Geldgeber und wollen Sie mit solchen Postings abhalten von einer Beendigung des Raubtierkapitalismus einschließlich der Pseudouniversitäten durch die Wissenschaftsreform der Next Scientists und der Bildungsreform. Das fehlt hier. Das haben die vergessen. Wir brauchen eine Wahrheitswissenschaft, nicht die jetzige raubtierkapitalistische Pseudowissenschaft der Bevölkerungsmanipulation, besser wäre gewesen der Massenmanipulation. Solche Leute wie der Postingschreiber waren niemals Wissenschaftler. Dazu fehlt ihnen der unbedingte Wille zur Wahrheit auch gegen die kapitalistischen Geldgeber. Solche Leute würden auch acht Milliarden Menschen zwangsimpfen wie Hitlers Wissenschaftsschergen. Ich erinnere daran, dass auch damals schon die Wissenschaftler, die Pseudouniversitäten willige Schergen, Hitlers Schergen waren und alle möglichen Grausamkeiten begangen haben. Darwin hatte keinerlei Selbstkritik, das hat wohl der andere behauptet, hatte keinerlei Selbstkritik, sonst hätte er nicht neben seinen Wahrheiten Ungenauigkeiten geäußert, die ganz direkt in die NS-Ideologie führten. Darwin hat eben nicht nur Wahrheiten geäußert, sondern auch wirklich nationalsozialistisches Gedankengut geäußert und darauf haben sich ja dann die Nazis berufen. So nach dem Motto, der kluge Darwin hat es doch gesagt, aber der hat eben auch mal Schrott geredet und geschrieben. Unsere Universitäten sind immer noch NS-Universitäten, also nationalsozialistische Universitäten. Liebe Mitlesende, man kann nicht ausschließen, dass dieser Postingschreiber, da ist ein S zu viel, dieser Postingschreiber, als Pseudowissenschaftler auch alle Corona-Maßnahmen rechtfertigt, so wie er die Sexualitätsunterdrückung und Glücksunterdrückung rechtfertigen möchte. Schon die Professoren De Waal, Franz De Waal, und Professor Richard Dawkins hatten genau da ihren Schwachpunkt, als es um eine Wendung gegen das kapitalistische Weltbild ging. Also Dawkins erkennt schon, es gibt parasitäre Meme und so weiter, aber jetzt zu erkennen, dass unsere Vorstellung davon, dass wir eben keine Bonobos seien, sondern eher Schimpansen seien und eher eifersüchtige Monogamisten seien, da vergisst er plötzlich die Möglichkeit, dass es sich ja um parasitäre Meme handeln könnte. Die kann er nicht erkennen. Und genauso Professor Franz De Waal, der einerseits die Bonobos schildert als matriarchale Hippie-Affen und die machen ja Make Love Not War und so weiter. Und da zieht er ja eigentlich eine Brücke, baut er eine Brücke hin zu den Menschen und dann macht er aber einen Rückzieher, weil er ja irgendwie dann doch wieder die Monogamie rechtfertigen möchte. Ja, plötzlich wurden sie dann doch eben wieder zu Mitläufer. Es sind ja gerade solche Pseudowissenschaftler, die uns jetzt bei Corona foltern und der Impf- und Testindustrie Milliarden verschaffen und ein zerstörtes Land hinterlassen. Hat nicht auch der Nationalsozialismus eine zerstörte Welt hinterlassen? Das sind doch gewisse Parallelen. Unkritischen Mainstream-Medizinern darf man aus naturwissenschaftlicher Sicht grundsätzlich kein Wort glauben. Ja, das ist ein alter Kommentar. Das war es dann also schon. Ja, also in der Infobox unter dieser Sendung können Sie wohl, wenn die News und Talks richtig gemacht haben, da können Sie dann dort alles Wichtige nachschauen. Also das war es schon wieder mit dieser... Ich gucke gerade mal, ob ich noch hier noch was finde, ob ich noch was übersehen habe. Ah ja, vielleicht lese ich das noch vor. Auf unserem Sender... Ach, das haben Sie auch noch geschrieben als Kommentar. Den haben Sie hier uns ja gemailt und der ist hier jetzt drin, von den Kollegen reingesetzt worden. Auf unserem Sender, der nach und nach zum Fan der Next Scientists for Future wurde, findet man in der Playlist die 800 besten Sendungen, in denen die Welt vollständig erklärt wird. Keine Zeit, dieses 800 Sendungen zusammenzufassen. Nur eins ist garantiert falsch. An dem anderen Kommentator. Die Verschwörungsidee, die Welt werde von Verbrechern beherrscht. Nein, sie wird von sich Irrenen beherrscht, unter denen auch einige Kriminelle sind, die sogenannten schwarzen Schafe sind. Aber wer behauptet, dass alle, die die Welt beherrschen, Verbrecher seien und nicht nur im Irrtum, der macht den Fehler von Verschwörungstheoretikern. Warum soll denn ein Milliardär es riskieren, wegen Kriminalität ins Gefängnis zu kommen? Wir haben doch gesehen, dass auch der Hoeneß, der Bayern-Chef Hoeneß, im Gefängnis gelandet ist, als er sich kriminell verhalten hat. Ja, warum sollen das denn ein Superreicher riskieren? Ja, sozusagen, nein, der irrt sich einfach und macht deswegen das Falsche. Aber doch nicht mit krimineller Absicht, das wäre ihm doch viel zu gefährlich. Kriminell sind meistens die Ärmeren, nicht die Reicheren. Also, die Verschwörungstheorien sind da alle falsch. Ja, aber das war es jetzt wirklich, das war es dann. Also, das war es mit dieser wissenschaftlichen Kurztagesschau heute. Ist vielleicht schon wieder zu lang geworden. Das war unser Tagesbild und das war es. Tschüssi, bis bald. Und unbedingt die Sendung Kai Stuth Creative Caravan mit den Next Scientists for Future schauen. Tschüssi, bis bald.